Grüß dich und grüß auch euch zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade, Part Nummer 14. Ja, unser HC-Bobby ist natürlich wieder da. Der Monat geht jetzt langsam zu Ende. Bevor wir hier alles umstellen, dachte ich mir, es wäre doch nett, einige Marken zu Anime-Crossing von diesem Monat erneut verfügbar zu machen. Ja gut, wenn man Bock drauf hat. Nicht nur Fans von New Leaf kommen auf ihre Kosten. Wir bieten auch eine ganze Menge zu Happy Home Designer. Es kommt also keiner zu kurz. Hier ist die erste Runde. Hier, die erste Runde geht auf mich. Ja, eine Kratis-Runde, ist ja schön. Viel Spaß. Ja, aber diese Kratis-Runde werde ich nicht für Anime-Crossing nutzen, bin ich ganz ehrlich. Mich wurmt noch, dass ich gestern diesen Block nicht bekommen habe. Und das möchte ich heute schaffen, wenn er überhaupt noch da ist. Muss ich gleich mal gucken. Dam-da-dam-da-dam. Na, ja ganz viel Anime-Crossing hier. Wirklich sehr viel Anime-Crossing. Für mich besteht da gar kein Unterschied zum... Wo haben wir den Block? Da haben wir ihn. So. Da hat mir gestern ein Zuschauer ein Video gezeigt, wie er es gemacht hat. Und zwar, mein Fehler war, der Kran hat genau hier zwischenrein gegriffen. Irgendwie ganz komisch. Und sein Kran hat hier drauf gedrückt und dann ging der Kran nach rechts, während der Block halt wirklich runterfiel. Und das muss ich jetzt nochmal besser machen. Gleich mal aussprobieren hier. So, das müsste aber jetzt klappen. Das... Ich frag mich nicht, Leute. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin echt zu blöd für diesen Block. Das ist mein Endboss hier in dem Spiel. Das gibt's doch echt nicht. Warum drückt bei mir der Kran nicht runter? Ich hab mir extra sogar das Video von dem Zuschauer angesehen. Bei ihm hat das so geklappt. Ne, ne. Du träufst mich doch eh nur. Gemein. Gut, dann gehen wir gleich zu unserem Training. Also, wie gesagt, ich seh's nicht so schlimm. Also, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich spiele Spiel ja nur Just for Fun. Ich zeig euch nur, wie es nicht gemacht werden sollte. Hm. Man merkt ja, dass so ein bisschen komische Physik dabei gespielt wird. Ich mein, bei anderen geht der Kran nach ganz unten. Bei mir nicht. Ach, das Spiel haben wir schon mal gespielt. Also, ja. Das hat mir doch gar schon mal als Training, oder nicht? Ja, das war schon mal da, das Training hier. Ja, der abfällt nicht weit vom Stamm. Das war schon mal da. Hm. Also, entweder gibt's dann doch nicht jedes Trainingsspiel, oder... Ja, es ist Zufall. Hm, ja. Wie üblich. Erstmal die Leute rausziehen, damit die anderen kleineren Teile runterfallen können. Oh, das war dann wieder ein bisschen zu früh losgelassen. Aber müsste eigentlich klappen. Ja. Einmal. Dann ganz links. Komm, nimm sie beim Haarschopf. Ja. Halt ihn fest. Das war so klar. Bei meinem Glück. Bei meinem Glück. Na, ich hoffe, ich war nicht zu gierig. Ich glaube, ich war zu gierig. Hm, 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 hm. Gut, dann greife ich sie halt einzeln. So, das müsste aber jetzt klappen. Vielleicht kriege ich noch eine zweite mit dem... Boah, das war knapp. Das gibt's doch nicht. Also, ernsthaft. Heute mag mich das Game nicht. Oder liegt's an mir? Ich weiß es nicht. Ach ja. Fünf Stück wieder. Ich glaube, es reicht nicht für ein... Bonus-Spiel. Ich vergesse jedes Mal, was ich gestern hatte für eine Nummer. Nee, reicht ja nicht. Nee. Und das Glück, dass ich mal irgendwelche Freispiele kriege, ist natürlich auch nicht gegeben. Nein, möchte ich nicht. Ja, dann wird es heute mal eine wirklich kurze Folge. Ja, sorry, Leute, ihr habt's gesehen. Also, dieser eine Block, der mag mich echt nicht. Ich hab mir echt von zwei Leuten bestehigen lassen, dass die genau so den Block bekommen haben. Bei mir will halt der Kran einfach nicht. Der drollt mich dann nur. Ja, gut, dann war's wieder mit dem Part für heute. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns morgen um die gleiche Zeit. Ciao, ciao.